Weiter geht's bei City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und wir machen heute weiterhin der Realistic Population Modification Start. Deswegen bei dir dein Part und viel Spaß. Und es ist gerade unglaublich, wie man letztes Mal dieses Gebiet hier gebaut hat und ich hab jetzt einfach mal ein bisschen laufen lassen. Und wir bekommen gerade fast 8000 Einwohner pro Woche. Das ist Woche, ne? Ja, pro Woche. 7.500 Einwohner und die Frage danach, wie viel FPS ich habe. Hier hab ich viele FPS. Richtig schön flüssig und je näher ich dran bin, desto ruckeliger wird's. Aber ist, glaube ich, auch normal. Gerade auch bei der Größe oder generell bei der Art des Spieles. Und deswegen wird auch City Skyline 2 nie so richtig super geil laufen, sondern immer nur so wie Eins. Irgendwann. So, man darf nicht vergessen, Eins ist ja auch schon ein paar Jahre alt und ich glaube, das wäre mit den damaligen PCs nicht möglich gewesen. Ich hab übrigens eine vorletzte Generation von einem Intel-Prozessor, den 13.000er, glaube ich. Und 32 Gigawatt RAM, weil letztens jemand geschrieben hat, bei 600 irgendwas Einwohner ist bei ihm Schluss. Er hat 64 Gigawatt RAM. Aber RAM-technisch ist es nur relevant, wenn ihr viele Modifikationen habt und habt. Und generell sollte das Spiel mit 16 einigermaßen laufen. Außer ihr viele Modifikationen in den Sets, dann braucht ihr mehr. So, das hier wächst gerade. Ich hab auch ein paar Tipps gelesen und zwar, viele fanden Abfahrten und so gut und manche fanden auch manche Spuren nicht so gut. Also ich hab jetzt hier nochmal von 3 auf 2 auf 2, genau wie hier, 2, 2, 3. Denk mal, das hier geht auf jeden Fall, weil hier wird's ja eh nach ein bisschen enger und verteilt sich. Und eins, das hatte ich auf Twitter gesehen, wo haben wir's? Und dann massiven Kreisverkehr hier. Ich glaube, der war gemeint. Ob man nicht direkt Spuren macht, die direkt hier hingehen, dass man den Weg durch den Kreisverkehr spart und die Spuren dann direkt drumherum fangt. Ich glaube, der war's, oder? Also generell solche dedizierten Abbiegespuren. Wir können einfach mal testen, wenn wir jetzt hier eine einspurige Straße nehmen. Die Autobahn ist vielleicht nicht die beste Variante. Aber wenn wir, aber haben wir denn eine andere einspurige Straße? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Das hier, genau, zweispurige Kiesweg. Ne, komm, wir nehmen jetzt einfach mal die hier. Und wir müssen, glaube ich, dann einmal ganz kurz hier so ein paar Bäume wegmachen. Oh, mega laut, die Boxen. Wir machen jetzt hier mal ein paar Bäume weg. Weil viele wollen wirklich nur drumherum fahren. Und dafür würde es sich ja anbieten, ne? Und keine Sorge, Teil 1 wird noch eine Zeit lang kommen. Es ist ja nur nicht vorbei. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal gesagt von wegen, ja, mal gucken, wann das hier oben ist und was verdammt machen. Vielleicht machen wir da auch gar nicht mal eins und so. Da, ähm, gab es bei manchen schon Alarm. Also, bitte, bitte ganz entspannt. Da sind wir noch nicht. Warte, wenn wir hier 45, da 45 machen. So, guck mal. Das ist ja mal mega geil, oder? So, dann kann man da direkt abbiegen, wenn man möchte. Da muss man nicht durch den Kreisverkehr fahren. Dann sparen wir uns da ein bisschen Zeug. Und hier könnte man jetzt auch folgendes machen. Wenn wir hier schon mal bei sind, den Verkehr ein bisschen zu optimieren. Wenn wir jetzt den hier nehmen. Und sagen, die Spur darf nur da drauf. Woanders nicht. Das heißt, die ist immer frei. Und, ja, genau. Dann fahren die so. Nee, das machen wir mal nicht. Und die Spur geht nur hier drauf. Und die Spur geht erstmal nur da drauf. So, und ab da können die dann die Spur wechseln. Und dann da abbiegen, wo sie möchten. Okay. Ich glaube, das ist ganz geil, oder? Zumindest haben wir jetzt den Kreisverkehr ein bisschen frei für die Rechtsabbieger. Das war schon eine gute Idee. Es ist halt die Frage, ob wir das jetzt, ja, nicht bei jedem Kreisverkehr machen. Aber bei den Kreisverkehren, die ein paar Probleme machen. Und das Schöne war, dadurch, dass wir diesen D-Spawn mal ausgeschaltet haben, hat man auch gesehen, wo es halt richtig massive Probleme gab. Und dafür ist es, glaube ich, gut. Man macht aus, guckt sich so ein bisschen an und macht wieder an. Und das war auch mal krass gewesen. Ich habe mal aus Versehen in einem anderen Let's Play von mir den D-Spawn ausgeschaltet. Und da wusste ich echt nicht, was los war. Und irgendwann dachte ich mir so, ah, guck mal. Und plötzlich hatte ich überall Stau. Oh, das war echt weird. Guck mal, dann kann man auch so machen. Nee, war das falsch? Dann kann man ja nicht mehr reinfahren in den Kreisverkehr. Ah, zum Glück habe ich das mal gesehen. Dann hätte ich wieder Haue gekriegt von euch. So, und jetzt... Warte, warte. Den hier nach da. Genau, hier wird nicht wieder abgebogen. Was soll das denn? Den nach da. Guck mal, das ist ein richtiges... Wie nennt das Biffer? Lane Mathematics? Macht der eigentlich auch noch eins? Oder macht der mittlerweile nur noch zwei? Oder was ist da los? Guck mal, dann können wir das doch hier auch machen. Jetzt habe ich voll Bock, diesen kompletten Kreisverkehr umzubauen. Lasst uns diesen Kreisverkehr umbauen. Ja, dann brauchen wir mal ganz kurz den Baumpinsel hinten. Krass. Sorry dafür. Ja, da dachte ich, ja, hier die Straße ist gut, aber die ist gar nicht gut. Deswegen machen wir die jetzt mal weg. Dann nehmen wir die Straße. Ziehen die hier drauf. Ach ja, zum Thema. Viele haben gefragt, ob jetzt mittlerweile die Bauarbeiten hier in meinem Haus oben sind. Oben wird gerade geschliffen die ganze Zeit. Also, ich kann euch sagen, nein. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich finde es okay, wenn man renoviert. Habe ich nichts gegen. Aber der renoviert schon so lange. Der Stand, glaube ich, im Mai wird ein bisschen renoviert. Was ist jetzt? Fast August? Ah, ja gut. Vielleicht meint er im Mai nächstes Jahr. Kann auch sein. Vielleicht haben wir das alle falsch verstanden im Haus. Komisch. Dann müssen wir das einfach so machen. Wir haben da keinen genauen Punkt. Und ein Haus wird leider abgerissen. So. Und dann machen wir jetzt hier nochmal die zweispurige... Zwei-Wege-Autobahn. Zweispurige, zwei... Das heißt, da kann auch keiner mehr in den Kreisverkehr reinlaufen. Von dem Fußgänger. Da müssen wir gleich noch einen Fußgänger übergedöns machen. Weil es gibt keine Möglichkeit mehr jetzt hier reinzukommen in den Kreisverkehr. Dann können wir auch innen drin mal eine Autobahn bauen. Aber brauche ich dann dreispurig? Vielleicht. Hier, Autobahn, dreispurig. Oh mein Gott. Der Hardcore-Kreisverkehr mit Autobahnschildern. Okay, kann man lassen. Oh, warte mal. Ich muss den noch bedingsten. Jetzt einmal den hier machen. So, Kreisverkehr hat immer Vorfahrt. Dann die Lanes. Lanes sind da gut. Hier ist klar. Einmal rechts. Ne, warte, ist noch gar nicht klar. Ist noch gar nicht richtig eingestellt. Muss das mal klar machen hier. Oh, guck mal, wo wollte der denn hin? Alter. Das ist wie bei uns. Wir haben relativ frisch in einem Stadtteil einen Kreisverkehr. Und ganz im Ernst, die Leute können das nicht. Da gab es, glaube ich, schon zwei Unfälle drin. Ich wäre mal wieder für solche Serien wie früher einfach. Früher gab es immer so Verkehrstipps. Und das hätte ich gerne, so, keine Ahnung, wie lassen ihre Frau nicht am Steuer und so. Also gab es echt. Total weird einfach. Aber sowas will ich nicht. Ich will nur so Verkehrstipps haben wie, keine Ahnung, richtig einfahren im Kreisverkehr. Oder generell mal Sachen, die sich geändert haben, ne? Ich bin jetzt auch schon alt und kenne nicht mehr alle Tipps und Tricks vom Fahren. Aber wer weiß das schon, ne? Was ist hier los? Warum war hier Stau gerade? Warum fahren die nicht hier um die Ecke rum? Warum bleiben die hier stehen? Warum wechseln die da die Spur? Ach so, da kann man rechts abbiegen. Ah ja. Ne, warte. Das gefällt mir nicht. Weil, es war schön mit rechts und links. Aber hier biegt kaum einer ab. Das heißt, diese Spur lassen wir, warte, wir können auch die machen. Lassen wir rechts und links gehen. Hä? Wann macht er denn? Er dreht komplett am Rad. Ja, die müssen ja erst mal so ein bisschen eingrooven, ne? Und hier kann man dann rechts, links machen, das ist okay. Aber gerade hier im Kreisverkehrssektor sollte man schnell um die Ecke rasen. Und ich sehe auch, die bleiben hier stehen. Oh Mann, das gibt jetzt da hier ein super Problem, ne? Vorfahrtsschilder? Ah ja, guck mal. Ne, warte, Vorfahrtsschilder nicht. Ähm, hier, kreuzungsbedingsten. Immer rein da, sag ich euch. Rein in die Kreuzung. Ja, maximal. Ja, da ist ja eh kein Zebrastreifen, ne? Okay. Ja, auch, guck mal, die bleiben alle stehen. Oh! Ja, auch, er will rechts und dann merkt er, oh, geht ja gar nicht. Das ist ja auch wie ein Echt eigentlich, ne? So, next. Aha. Und hier auch nochmal eben, ich glaube, das ist der letzte und dann haben wir es. Weil die bleiben jetzt gerade hier alle stehen, wie ihr seht. Und das wollte ich verhindern. Und jetzt, äh, kreisverkehrt immer noch Vorrang. Es geht nur darum, dass die, ähm, Autos hier rüberfahren und dann hier auf der Kreuzung warten. Weil da kommt ja keiner in Bedrängnis oder Verzug oder whatever. Und jetzt könnte man auch theoretisch hergehen und, ähm, das Ganze auch noch anmalen. Wenn man denn möchte, ne? Man kann dann so machen. Ne, das war falsch. Man kann aber anmalen. Warte, das ist die hier so. Guck mal. So. Jetzt habe ich die Linie aus Versehen gemacht. Das müsste ja dann theoretisch eine durchgezogene Linie sein, oder? Also ihr seht schon, worauf ich hinaus möchte. Jetzt habe ich ihn natürlich nicht so schön angemalt. Aber wenn man da drauf Bock hat, alles weg bitte, kann man hier richtig anmalen. Was ist denn jetzt hiermit? Punkte, Linien, Fußgänger, Linien, Punkte, Linien, Stiel, Fußgängerüberwegung, Kreuzung, Füllung und Punkte, Linien. Hier, Bürgersteck nutzen. Ah, hier, guck mal, da haben wir noch einen. Ja, tschüss. Okay, das war's gewesen. Und was ist das? Und auch du musst weg. Okay. Vielen Dank nochmal für den Twitter-Kommentar. Jetzt war, warte mal, eins fehlt noch. Die Fußgängerleute. Genau, die Fußgängerleute vor allen Dingen. Die möchten ja wahrscheinlich auch von A nach B laufen. Also, der Kreisverkehr läuft jetzt echt super. Bis auf hier die Ecke. Ich weiß nicht, warum die da alle rausfahren. Ah, da sind wir, da sind bestimmt die Fußgänger, ne? Scheiße, ich muss über die Kreuzung. Dann rufen die Auto und dann geht's ab. Dann könnte man, könnte man, könnte man. Warte mal, den müssen wir mal einmal kurz versetzen. Und zwar genau. So können wir besser operieren. Oh, hab ich da mein hauseigenes, ne, hab ich nicht. Ah, okay. Gehen hier rüber. Sehr gut. Jetzt können wir ab hier, können wir jetzt nämlich einen Fußgängerüberweg machen. Na, warte mal. Erstmal klicke ich alles quer durch. Dabei fällt mir ein, ähm, bei Teil 2. Da verchecke ich manchmal diverse Sachen. Sowas wie Funktionen. Genau, das, das hört sich gut an. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich halt verschiedene Spiele immer spiele. Hauptsächlich Teil 1. Und dadurch, dummerweise dann, Teil 2 nicht immer, äh, Teil 1 nicht immer ganz auf dem Schirm habe. Oder generell mit den Funktionen so ein bisschen hinterher bin. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich mich auf ein Spiel konzentrieren würde, mal angenommen 2, dann wäre die Funktionen irgendwann so was von drin wieder. Aber dadurch, dass immer alles mögliche spielt, ist halt immer ein bisschen schwierig, ne? Boah, voll am Ruckeln hier, Alter. Ich glaube, diese Leute, die da herlaufen, die wollen bestimmt eigentlich über diese Kreuzung laufen, ne? Die nehmen jetzt voll den Umweg, glaube ich. Hier. Oh mein Gott, sie machen es echt? Das war doch nur ein Witz, du! Das sieht total scheiße gerade aus. Aber auch nur, weil es so hoch ist, glaube ich. Ey, mancher freien mich echt. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe euch ja gerade erzählt, dass der da oben schleift, ne? Aber der schleift da schon seit 40 Minuten. Ich frage mich manchmal echt, was der da schleift. Also, manche Sachen ergeben sich mir einfach nicht. Oh, jetzt hat er aufgehört. Er hört mich einfach. Aber ich bin noch gar nicht live. So. Nein, das war falsch. Ich wollte den drücken. Aus. Ah, ne, er macht wieder weiter. Alles gut. Alles gut. Dachte schon. Schleif dem bald auch mal eine. Rechts und links, Alter. Ja? Ich bin gespannt, ob die da überhaupt herlaufen, weil das so am Rand ist. Und eigentlich müssen wir jetzt die Zebrascheiben vorne weg machen. Da ist die Meute, die da rumläuft. Guckt es euch an. Irgendwie denke ich mir, irgendwann muss doch mal fertig sein jetzt hier. Ah, guck mal. Da noch. Und das ist, glaube ich, der einzige Hauptweg hier. Jetzt brauchen wir noch einen Mandalorianer, der den Leuten sagt, dass das der Weg ist, der neue. Oh nein, was habe ich gemacht? Achso, ich hatte noch alle Sachen markiert. Cool. Ich glaube, das machen wir aber nicht bei jedem jetzt. Das wäre ein bisschen krass. Aber bei so ein paar bestimmt. Beziehungsweise, es geht ja nicht nur um den Kram hier. Also, das war ja der super krasse, super Kreisverkehr. Da musste man jetzt ein bisschen weiter ausholen. Guck mal, jetzt laufen die hier rüber. Und die Autos werden hier lang... Ne, ist egal bei den Autos, ne? Die bremsen da zwar manchmal. Oh mein Gott, da kommen sie alle. Aber wenn ich sage, der Zebrascheiben wäre auch noch geil, wenn er weg wäre. Warte, Kreuzung. Dann gehen die Leute wirklich oben her, wenn sie über die Straße wollen. Ich meine, manchmal muss man das doch echt machen, ne? So, so, so und so. Wie man einfach die Leute so maximal lenkt. Oh, war geil. So, und jetzt müssen wir drumherum ein bisschen schöner machen. Also ein bisschen grüner. Oh, warte mal. Hier hatte ich doch letztens auch gebaut, ne? Da machen wir mal hier ein paar Büros hin. Hier vorne an der Ecke auch noch. Dann können wir hier ein paar Geschäfte bauen. Blöd ist natürlich jetzt durch diese Super-Demand-Mod weiß ich nicht mehr, was die Nachfrage ist. Aber vorher war die Nachfrage ja bei Null. Deswegen war es komplett egal. Jetzt kommt die hier noch ein. Die. Und die. Oh, warte mal. Die ist ja aus. Ich mache sie wieder an. Echt? Hatte ich die ausgeschaltet? Ah ja, wahrscheinlich, weil da noch nichts war, ne? Das muss es gewesen sein. So, da laufen die Leute jetzt fleißig drumherum. Alter, der Stau ist ja maximal aufgelöst. Wie cool ist das denn? Das ist ja fast ein Kreuz, was ich im Workshop anbieten könnte. Habe ich übrigens mal gemacht. Eins davon ist, glaube ich, auch noch drin. Da habe ich dann so einen Ausguck da in die Mitte reingebastelt. Das war eigentlich ganz schön. Fällt mal was ein. Wir werden dieses Haus hier noch wegmachen. Einmal, weil die Leute da durchlaufen. Diese beiden. Tschüss. Oh, das waren drei. Okay. Nein, da sind voll viele Leute jetzt. Oh, nee. Das wollte ich nicht. Wollte hier noch eine Verbindung machen. So. Und eventuell könnte man sogar noch hier eine hermachen. So. Und dann gehen wir von hier nach... Ah, warte. Können wir nicht, ne? Das Haus muss jetzt leider wieder dran glauben. So. Guckt sie euch an, die Leute. Hier in Stedt gerade wieder ein neues Haus. Finde ich gut. Kann man sogar verändern ein bisschen. Kann man die alle verändern? Bringt noch nichts. Verändert sich nicht. Doch, hier vorne, die Front. Krass. Oh, guckt euch die Fenster an. Unten? Oh. Okay, gerade noch diesen Kreisverkehr gelobt. Ah, jetzt wieder. Okay. Ach so, der wollte auf die ganz linke Schwur, ne? Das ist halt die Frage, ob sich jetzt hier nicht sogar nur eine Zweischwurige lohnen würde. Schreibt es ganz gerne mal in die Kommentare. Und, ähm, hier könnte man vielleicht noch mal ein paar andere Sachen bauen. Das ist gar nicht mittig, ne? Was machen wir denn jetzt? Das ist ja voll in der Mitte. Warte, können wir ändern. Eins, zwei, drei. Ja. Ja. Okay, schon besser. Oh, nee, ey. Aber krass, guck mal, jetzt wollte ich theoretisch ein bisschen mehr bauen. Oh, und jetzt noch ein paar Höhleneingänge da dran. Das wäre cool. Ähm, nicht ein bisschen mehr. Ähm, wir haben jetzt nur optimiert eigentlich. Das ist ein bisschen hoch, ne? Also eigentlich nur diese Kreuzung hier. Aber fand ich eigentlich schon ganz geil. Auch wenn das die komplette Folge gedauert hat. Aber ich fand, das musste auch mal sein. Oh mein Gott. Wenn das einigermaßen da reinpasst. Leider nicht die Büsche hier draußen. Sonst wäre es echt Kuh geworden. Ich versuche nochmal. Der geht nicht. Der ist so hoch. Der ist richtig zu hoch. Runder Stein. Ja, der ragt dann hier wieder rüber. Ja, oder man müsste dann hergehen, dass man die Mitte dann rauszieht. Aber ich finde eigentlich, dass das in der Mitte dieses Kreuzes ist, glaube ich, besser. Damit halt überall derselbe Abstand ist, ne? So könnte man fast machen. Dann würden die so ein bisschen da dran vorbeilaufen. Und ein bisschen um die Ecke könnte man ja machen. Das macht den Braten nicht fit. So. Dann. So. Ja, kann man machen. Da würde ich sogar, glaube ich, ganz gerne drüber laufen wollen. Weil das eigentlich ganz schön aussieht. Jetzt machen wir hier noch ein paar Bäumchen dran. So, wir halten gedrückt. Okay, wir haben einigermaßen das Verkehrsproblem von diesem Kreis vor keinen Griff bekommen. Außer, dass jetzt hier tausend Leute in das Auto einsteigen und dann losfahren. Aber an sich funktioniert der super. Hier laufen super viele Leute rüber. Und an sich... Ja, okay. Der Strang ist nicht so gut. Dann müssen wir hier echt mal noch auf zweispurig gehen. Aber dann. Dann geht's ab. Also die Autos hier fahren super sporadisch rein, ne? Vielleicht dann doch nochmal. Warte. Den hier. Ja, den hier. Und dann hier drauf. Weil da müssen die nicht komplett über die Kreuzung fahren, sondern können sich eine Spur aussuchen. Und gut ist. Jetzt muss ich, glaube ich, den Kreisverkehr nur nochmal wieder priorisieren. Dann haben wir es. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt ganz gerne rein, wie ihr das findet. Und ihr müsst mal bedenken. Während wir nur diesen Kreisverkehr umgebaut haben, haben wir einiges an Einwohner dazu bekommen. Und theoretisch könnten wir jetzt hier noch ein paar Büsche reinmachen und noch ein paar andere Sachen, ein paar Bäumchen. Und dann wäre der nochmal ein bisschen optisch aufgewerteter. Dass die Leute hier gerade alle einsteigen, ist halt ein bisschen fragwürdig. Und gerade lief der echt besser, ne? Jetzt, keine Ahnung. Plötzlich funktioniert es nicht mehr. Aber das ist schon nicht schlecht. Okay. Dankeschön und bis zum nächsten Part. Oh mein Gott, die Gebäude hier. Tschüss.